Ey Digga, ich hab den Hyping du Spaß Alter! Wöruf du holn! Junge du meinst die ganze Zeit der Mutter ist in deinem Zimmer. Ja, die ist doch auch immer Zimmer. Ey warte doch! Meine Mutter ist im Zimmer. Och Junge, du scheisse Autischenkick Digga, meine Mutter ist doch im Zimmer. Die fresse scheisse Mobalschmiller! Ey Jungen! Was ist so alt du da? Du bist ell! Du scheisse Uge alter! Was ist mit dir los! Yo Leute was geht ab und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal! In diesem Video hat mich jemand aus meiner Schule angeschrieben Und meinte, er wäre angeblich der beste PC-Spieler Hat mich beleidigt und wollte unbedingt ein 1 gegen 1 gegen mich Und ob er wirklich der beste PC-Spieler aus meiner Schule ist Und ob er das 1 gegen 1 letztendlich auch gewonnen hat Das seht ihr in dem Video Und ich würde euch empfehlen, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran Weil es ist so lustig geworden Der Typ ist am Ende so ausgerastet und er hatte so komische Ausreden Ich, keine Ahnung, ich bin selbst Und du bist jetzt der beste PC-Spieler meiner Schule oder was? Ja Ja Ich glaube, dich würde ich schon easy klappen Als Mobile Player hier Und wer soll dir das glauben? Ja, ich hier Ja, leichte Okay, komm Ja, warte Was, was ich erwarte Ja, ja, alles gut, alles gut Ich ratze dich kurz Ey, guck mal Ich hab anders reingejokt, ne Scheiße, du Ey, Digga, guck mal Die easy ja, die deine Ausreden sind lustig Hä? Witzball Ey, guck mal Guck mal Eastclap, Digga Witzball, sagst du? Gut, guck den dir an Guck mal, wo er schon ist, Digga Ja, easy clap Guck mal, wo er schon ist, Digga Ja, guck mal, ich bin direkt über dir Guck mal Ey, Digga, ich hatte Hyping Was soll ich machen? Nein Was für Hyping? Was für nein? Doch, Digga, ich hatte Hyping, Mann Hör mal auf Ja, wie soll ich das jetzt glauben? Ja, weißt du, ich Mein Internet ist scheiße Ich hatte Hyping, Mann Spann dich mal Was machst du hier? Mann, ich soll, Digga Ich hatte Hyping Was soll ich machen? Ah, guck mal, wie Eastclap Ich dich hier in Highground tue Guck mal Ja, mhm Oh, Bruder Guck mal, Eastclap, Highground, Digga Na, wo ich dann Ey, du Noop Ey, du Ich hab so'n Spaß, Digga Guck mal, wie er unten camp Was für campen? Richtig Spaß, Alter Denkst du auch nur, weil du viele Abonnenten hast Bist du gut in Fortnite, ne? Hab ich nie gesagt Ja, denkst du aber so Ja, safe, denk ich das, Junge Noop, Digga Guck mal, ich komm mal runter auf dein Niveau hier Ey, du Ey, Digga, Hyping, Hyping Hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf Ich hab Hyping, Digga, berück dich Ey, du Spaß, Junge Komm noch, eh, sieh doch auf Ja, guck Ey, Digga, ich hab ja Hyping, du Spaß, Alter Hör auf, du Ja, was soll ich machen mit Hyping? Was kann ich denn dafür, wenn du Angeblich schlechtes Internet hast, Mann? Was für angeblich, Digga Mein Internet ist richtig schlecht, du Spaß Ich bleib jetzt 152 HP damit für dich ein bisschen fair ist, okay? Nein, das ist ja noch einfach für mich Bin ja sowieso besser wie du Komm, easy, komm Eastclap Guck ihn dir an, Digga Wie schlecht er ist Guck ihn dir an Ey, ey, ich hab Ey, meine Maus, meine Maus ist aus Ey, meine Maus Deine Maus ist aus Digga, meine Maus, ja Ich hab eine Weißmaus, der Akku ist leer, Mann Muss einstecken, warte Äh, Bruder Ey, die blinkt schon richtig, die blinkt schon richtig, Digga Digga, du, ja, mhm Wie du sagst, meine Maus ist aus, aber dann baust du einfach weiter Ja, die ist aus, Digga Geiler Typ, Junge Geht aus, guck mal Was für guck mal, Junge Ja, guck doch, die geht aus Guckt euch, macht gar nichts Digga, jetzt ist die leer Ey, auf, die ist leer Ach, Junge Du, schau Spass, Digga Die Maus ist leer Was ist la, was ist deine Maus ist leer Alter, was ist mit dir los, Digga, Mann Die Scheiß, Maus ist leer Richtig, Autist Bist du Im Kopf gefallen Ja, guck mal, wenn eben deine Maus leer war Wie kannst du jetzt schon wieder laufen Ich hab die gerade aufgeladen, Alter Was ist mit dir Wie aufgeladen Ja, mit Kabel, kurz Es geht in zwei Sekunden Ich hab eine teure Maus Nicht so wie bei den iPad-Spielern Wo man einmal so ein Billo-iPad kauft Und da so Tricks-Fortnite auf dem iPad spielen kann Wie du, du schaust Hä? Guck mal, du meinst, deine Maus ist leer Und jetzt deine Maus nicht mehr leer Weil du die zwei Sekunden an irgendeine Ladekarte gesteckt hast Ja, nein, ich hab die gerade aufgeladen, ich hab eine teure Maus, Digga 600 Euro Junge, du kannst deine Maus nicht so schnell aufladen Das geht nicht Ja, klar, innerhalb von zwei Sekunden, Digga Weiß wie teuer die war Ja, Mann Mach Ey, komm, Digga Ey, mein Knopf tut nicht Ey, mein Knopf geht nicht Ich kann mich editieren Mein Knopf nicht Hallo Dein Knopf nicht Was heißt mit deinem Knopf nicht Mein Knopf geht nicht, Alter Was ist mit dir Ö Ö Ö Ey, Digga Mein Knopf geht nicht Alter, meine Maus packt Ey, meine Tastatur, Digga Meine Maus ist schon wieder leer Meine Tastatur Deine Maus ist jetzt einfach Junge, wie kann man so viel Scheiße laufen Digga Scheiße, Junge Mein Knopf funktioniert nicht Guck mal Ich kann nicht mehr schnell bauen Dein Knopf funktioniert nicht Ja, ich platz auf, Junge Guck es dir an Ich kann nichts machen Hä Junge, du bist doch gerade an Ich kann nichts machen Nein, ich kann nichts machen Guck doch Äh, ich guck Ja, du baust Ich mach gar nichts Ich steh gerade hier rum Was ist mit dir Ey, ich kann nichts machen, Mann Es hat nicht funktioniert Was hat nicht funktioniert Was soll ich machen Ja, meine Tastatur ist rum Meine Maus ist schon wieder leer Okay, komm Ich edite am Anfang extra nochmal So ein bisschen kacke Okay, ja, aber das Ey, Digga Was soll das Ich bin einfach nicht geërtet Ja, du bist einfach ein Profi Ja, scheiß Mobile Spieler Komm, hol nicht Ist, glaub, guck mal Ist ja scheiß Mobile Spieler Ich hab Black Screen Ey, ich hab Black Screen Ich hab Black Screen Ich hab Black Screen Ey, wie kannst du schießen, wenn du Black Screen Ich hab Black Screen Ja, ich mach das ja nicht mit meiner Maus Ey, ich hab Black Screen Mach'n, Bro Ey, hör mal auf Du bist schlechter Mobile Spieler Ey, Junge, was Ich hab'n, wo bin ich? Ja, ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Mein Black Screen Wenn ich sag' Black Screen Dann warte doch, Mann Ey, Dei, Dei, Dei Halt dein Maul, halt dein Maul, komm, halt dein Maul Ui, Dei Ey, ich mach'n, meine Mutter kommt, meine Mutter kommt grad in mein Zimmer, warte, Mann Ja, Mama Ja, ich bin grad Ja, warte, ich muss, ich muss zu meiner Mutter, ich kann in mein Zimmer, warte kurz Du musst grad zu deiner Mutter, okay, ich warte, ja, ich geh'n Hä, Digga, du baust doch weiter Ja, ne, meine Mutter ist doch im Zimmer, was soll das? Scheiß Mobile Spieler, Hacksch oder was? Ey, nein, nein Ich bin einfach runtergefallen Ja, wer wird gegen Mobile Spieler verlieren, ist halt schlecht, Mann, mit einem scheiß Tipp-Auto-Aim und einem scheiß Hacks, Digga, ich würd nie gegen Mobile Spieler verlieren Du meinst doch grad, deine Mutter ist in mein Zimmer gekommen, oder? Ja, die ist doch auch noch hier Äh, warum, wie, wie kannst du da weiterzocken? Ey, ja, meine Mutter ist doch im Zimmer, Mann Hä? Ja, die ist grad im Zimmer, Mann Ja, irgendwie kannst du da weiterspielen? Ja, mit meinem Ohrn, oder was? Ja, wenn meine Ey, Digga, V-Mann, Digga Ey, ich kann grad nicht, meine Mutter ist in mein Zimmer, Digga Ja, deine Hacks funktioniert grad nicht, oder wieso bist du grad so schlecht, Alter? Ja, guck mal Jetzt gehen deine Hacks auf einmal wieder Ey, Bro, aber mach dir mal ganz kurz, meine Mutter ist grad im Zimmer Hä? Junge, du meinst die ganze Zeit, deine Mutter ist in deinem Zimmer? Ja, die ist doch auch immer im Zimmer Ey, warte doch, meine Mutter ist im Zimmer Oh, Junge, du scheiße Autistenkick, Digga, meine Mutter ist doch im Zimmer Hä? Scheiße, du spielst doch weiter, Junge Ja, du spielst doch weiter, Junge Ja, du spielst doch, meine Mutter ist doch im Zimmer, entspann dich doch mal kurz Hä? Bist du lost, Junge? Ja, du musst doch kurz warten, wenn meine Mutter im Zimmer ist Ich spiel doch auch nicht weiter, wenn deine Mama im Zimmer ist Ja, aber du hast doch selbst weitergespielt Ja, aber da kannst du doch kurz warten Digga, Junge, als ob ich einfach unten bleib und mich von dir abschießen lasse, was ist denn mit dir, Mann? Ja, hab ich geschossen Ja, und du, hä? Ja, hab ich schalt runtergefallen, weil deine Hacks nicht mehr funktioniert haben Scheiß Mobile-Spieler, Digga, bin ich schlecht, Alter What the fuck, Alter? Ey, Digga Ey, hör doch auf Mach kein V, guck mal, wie easy ich gegen Mobile-Spieler gewinne Guck mal, guck es dir an Er denkt, er kann die Spitzhacken Deine Map, gegen deine Hacks gerade nicht, oder was? Ja, deine Hacks haben gerade nicht funktioniert, deswegen hab ich dich eh gekleppt Guck mal, wie ist die Hacks, Mann? Ja, die Hacks, die du die ganze Zeit anhast hast, hast du gewinnt Ich hab nicht mal irgendwelche Junge, du kannst auf dem Mobile nicht hacken, es geht nicht Na klar Nein Klar Wie willst du, erzähl mir, erzähl mir, wie willst du auf dem scheiß iPad, wie willst du hacken, wie geht das? Ja, das geht Ja, und wie? Komm, erzähl, erklär es mir Soll ich dich erklären? Ja, erklär es mir Ja, komm, komm zu mir, ich erklär es dir Komm hier kurz zum One-in-One-Building Ich erklär es dir Okay, okay, erklär mir, erklär mir, wie man auch Ich müsste schon das ja wissen, weil du hast ja Aber ich erklär es dir Extra für dich Extra für dumme wie dich Erklär ich es dir Oh, guck mal, soll ich dich erklären? Guck so Warte Okay, soll ich dir mal was zeigen? Ja, du bist schlecht Nein, 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 guck mal, das bin ich, das bin ich, ne? Soll ich dir zeigen, was du bist? Ja Ja, 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 willst du sehen? Oder bist du dann taurig? Hey, 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 hey Hey, die Fresse, scheiß Mobile-Spieler Ey, Junge, was für L, du, du, du bist L Du schoß nun, Alter Was ist mit dir los? Dreckslappen Scheiß Mobile-Spieler mit seinen Hex, Digga Komm, eins gegen eins ohne deine Hex, komm Guck mal, wie easy Du denkst auch, ich war da jetzt drin, oder? Ja klar, da bist du ja so dumm Guck mal Ey, du Wie easy die klappt, Digga Guck mal, wie easy die klappt Junge, ich hatte, ich hatte 10 AP-Chill mal, Alter Du hast deine Hex aus Du hast deine Hex einfach nur aus Ich hab auch keinen Bock mehr Ich hab auch keinen Bock mehr, wenn ich jetzt mit mir abzugehe Dass ich mich jetzt mit dir abgebe Ich hab schon Sprachfehler von deiner Dummheit und von deiner Schlechtheit, Digga Ich bin jetzt mal weg, gell Tschüss Was für Tschüss Was für Tschüss, nein Digga, du gehst jetzt nicht? Doch, hab keinen Bock mehr auf dich Tschüss Schönen Tag noch Hä? Das war's auf jeden Fall mit dem Video Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da Um mich vor Artikel 13 zu schützen Wäre auf jeden Fall anders korrekt Haut rein, bis zum nächsten Video Ich bin raus